GIGOS, das globale geodätische Beobachtungssystem, ist ein Beitrag der weltweiten geodätischen Gemeinschaft zur Beobachtung und Überwachung des Systems Erde. Die Geodäsie ist die Wissenschaft von der Bestimmung der Form der Erde, ihres Schwerefeldes und ihrer Rotation sowie deren zeitlichen Veränderungen. Wesentlich für die moderne Geodäsie sind stabile und konsistente geodätische Referenzsysteme. Diese Referenzsysteme bilden die Grundlage für die Bestimmung zeitabhängiger Koordinaten von Punkten oder Objekten und für die Beschreibung der Bewegung der Erde im Weltraum. Die Beobachtungsverfahren der Geodäsie umfassen verschiedene Sensoren und Geräte auf der Erde, im erdnahen Umfeld sowie im Weltraum. Die Organisation dieser geodätischen Beobachtungssysteme wird von den Diensten der IAG, dem wichtigsten Teil von GIGOS, übernommen. Diese Dienste erzeugen geodätische Produkte, die sowohl für die Geodäsie als auch für viele andere wissenschaftliche und gesellschaftliche Anwendungen relevant sind. Bitte besuche die GIGOS-Webseite, um mehr über die vielseitige Welt der Geodäsie und ihren ständig wachsenden Nutzen für Wissenschaft und Gesellschaft zu erfahren.